Unser Kulturtipp. Wie unterschiedlich sich Menschen an Situationen erinnern, das ist ein Thema des Bergedorfer Künstlers. Die Bilder von Hans Gerhard Mayer bestehen aus mehreren Quadraten. Sie zeigen ein Motiv aus verschiedenen Perspektiven, ebenso wie Menschen sich unterschiedlich erinnern. Die farbenfrohen und großformatigen Bilder sind zurzeit im Haus im Park in Bergedorf zu sehen. Der Eintritt ist frei.